jaja Energie hast du ja schon drin also das muss ich nicht machen ohne das wird sie ja gar nicht laufen ein Tool? Jakob, was machst du? ich brauch hier äh tin äh äh Pulver äh, was muss ich mit dem Stick Recine machen? Extractor zentrifug jacob man kann jetzt noch tool also machen das ist so wie eine spitze funktioniert okay das mache ich bin ich also das hast du noch also kann ich jetzt noch machen oder ich weiß nicht ich mache es mal was bist du machen ich brauche aber noch im material dafür ich brauche noch drei Prozent allen vorhin schon was ist Jakob am machen ich brauche hier vier große so haben wir noch großen System ja so näher keine Ahnung was ist besser die Reel kann oder die Platz waren ja beides sind ob wir haben genau eine Branche noch dann nimm sie bitte raus Jakob ist geizig ich habe beides er ist süchtig das Problem ist halt also die Rüstung selber ist voll billig aber fürs Modding sozusagen ist ja ich weiß ja wieso machst du dann beides rein was ist eigentlich besser die Plasma kennen oder sie reden ich weiß es nicht ich habe einfach beides es ist ich glaube ich nicht dass man kann man die Fakt Oboe Oboe Kloot ich begreift das nicht das kann man da machen man kann das höher oder tiefer schalten was ist das ganz schnell machen brauchen wir um schneller macht also wie meinst du also dann ist es kann man auch dass es zu schnell ist es wird dann das auch sein das sollte ich nicht zu schnell machen ich bin Sohle Neude wir haben keine Sohle Neude nicht im System Jakob hat sich ja alles für sich gebraucht und doch okay ist es hin lassen dass so wieso ich habe jetzt ein bisschen rausgenommen Sohle Neude darf ich nicht doch gut ich habe mir jetzt hier was installiert Neustadt und jetzt doch Wippen kann man machen also Prozent Waffe Weapon cool Railgun das hast du oder ich habe also nicht mehr Railgun und äh Plasma Kenne Melee Assess kannst du mir die Sachen geben kann ich jetzt äh hast du ja was zum Beispiel äh ich hätte gern also das soll ich für die Plasma kennen ja warte ja die Plasma Kenne habe ich auch gedacht das ist was ist aber Railgun was ist das das wo Jakob die ganze Zeit gebraucht ich habe nur ein wir haben nur ein was das wurde irgendwas so geschossen wo irgend sowas geschossen hat oder ja genau äh und was ist denn das was du wo du so rum geflogen bist hat es nichts mit der Hand zu tun oder okay und was ist die Plasma Kennen das ist äh das ist dieser Teil der Gebraucher äh was äh das ist das hier ach das kann man ja was was ist es ist das Kuhler und das ist ja eigentlich Jakob was ist es das ist die Plasma Kennen Kennen und äh das das ist die Railgun und das ist das ähnliches ist Kass also das ist das Teil auf Distanz halt aber ich werde nicht mehr einsteigen bei der Railgun als 1,5 KMS kannst du mir jetzt mal Batterien machen Jakob ja stimmt okay und jetzt die Plasma Kenne ich nehme mal die Plasma Kenne also ach aber ich brauche aber noch Material dazu wenn man ja das äh wenn man ja die Diamond Drill hat braucht man beim Tool gar nicht mehr die Pickaxe äh doch wieso das ist ja nur ein Upgrade ach stimmt okay ähm okay ich brauche schnell drei Iron fuck das hat also das Material haben wir ja noch gar nicht Iron Ingers ach man das muss man jetzt erstellen ja das ist das Problem das ist auch toll baut doch mal am Haus weiter ich stelle die Dinge mal her ja Overclock habt ihr gehört ja wie kann ich sie Overclocken ja Upgrade meinst du echt ne Overclocken was genau was meinst du die Pickaxe äh ja genau ich mach sie einfach mal auf voll hä wo steht Overclock überhaupt bei Diamond Teil oder was wenn du auf Diamond gehst oder was nein wo dann bei den normalen Pickaxe ich übertackte sie jetzt einfach mal auf das Höchste oh lol ja ich hab's auf dem 25 Fox und den Diamond Drill Upgrade drauf ja ich auch schaut ihr ja das ist übelst schnell einschlag und der Block ist weg eigentlich hier schau ja okay gut was muss ich jetzt noch machen also sicher mal die Batterie am Haus weiterbauen Blink Drive ich will das Blink Drive äh warte was ist das Iron Thruster ich mach mal drei Iron Thruster Alter das ist sauteuer get from point A to point C das ist unnötig das ist unnötig wirklich das brauchst du nicht das brauchst du wirklich nicht wieso das sind Teleporter oder das brauchst du nicht mein Gott boah alter ist übelst kompizient ja eben das brauchst du auch nicht okay 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 ich lass es ich lass es ich lass es bitte bitte ich nehme meine andere meine anderen Power Sweet Anzüge Gute Nacht mit wem redest du mit mir wow Redstone hmm Cosmetic was ist das ein Alternative Armored Texture äh ich glaube ich nehme das hier Star uh cool fuck haben wir keine Elektronik Circuit mehr so ein scheiß haben wir noch Hologram im Meter mhm ja und der Kiste dort bei dir uh cool weißt du was ich brauche mal ich ich nehme mal ein paar ne tut das Copper refined ore ah fuck das ist jetzt so witzig was was warte Sven hm guck mich mal an warte was was habe ich jetzt von der Rüstung alles an hm ich glaube die Pro das ist der Helm hast du nicht an die das ist einfach ich glaube die Hose und die nein ich habe nur die Brust eine Brustplatte eben nicht ich habe alles an nur das komisch was sie gemacht hat dann der der denn das sieht geil aus das ist unnötig Sven wieso dann sieht man das kostet Hologram Mittert die sind ja ich weiß das kann ich zu ja ich finde es besser als findest du ja ja die Farbe zu wechseln kostet auch Hologram Mittert ja okay wenn du die Farbe Alter ich finde das geile Mipfarbe das ist ja genau das Besondere an dieser Rüstung die kann zu fährten ich finde sie aber sie sieht ein bisschen komisch aus ja das hat auch Katschertag bedingt warte mal vielleicht äh warte ich ich hier kommen keine Birkwutposts rein Sven raus damit also ich meine nicht dich oder den anderen naja ich weiß schon okay warte ich mach's mal so na ah lol das ist Standardtext Texturen das sind Standardtext wirklich oder keine Ahnung was habe ich jetzt Standardtext hä boah ist das mühsam was ist das hier Sven guck mich jetzt an jo was ist das hier das ist die Original was ist das hier oder das ist einfach weiss ja genau das weiss also die Original hier ist die blau ja du hast sie auch ähm ja okay ich finde es sogar so original ein bisschen besser als das äh ich auch aber bei der Hand könnte äh bitte Hand kannst du das gar nicht machen obwohl ich denke jetzt irgendwie das hier muss nicht unbedingt das sieht noch geil aus hier alles eigentlich außer der Kopf oder finde ich jetzt ich finde eigentlich alles außer der Kopf ist ne geht die Norde nur der Kopf versaut sind ne mh wenn man nur den Kopf so machen oder oder das ist eine Idee habe eine Idee aber scheiß ich hab drauf auch so ja Sven ich schau mich mal an so durchsichtig ja einfach nur der Kopf nur der Kopf durchsichtig hm das wäre auch noch geil ich mach es so glaube ich Sven kannst du mal noch schauen warte ich komm wo bist du eigentlich zu rieb oh boy du bist noch hier ja warte komm mal runter warte ich nehme meine mein Dings ein bisschen ausprobieren mein Power Tool wo bist du ich bin nämlich die Pickaxe genommen das Ding äh ich bin hier ich komme zu dir ich bin jetzt wieder hier beim diesem äh was das auch immer ist hier so äh einfach nur Kopf frei nein ich hab die Rüstung an ich seh's schon hm hm hat er ja du mit deinem Schweinekönigskin eigentlich machen wir das so geht doch voll hinein oder Sven irgendwie Standardtextrum passt nicht zu einem 128er Teig denn einfach so 16 Klappe wein ich ja nur so besser die Brust ja die Brustplatte muss ich noch anziehen ja so irgendwie hab ich das Gefühl nachstemmt ich kann die nicht modifizieren leider oh Gott ich möchte noch was äh äh die Blankpost raus ja ich hatte keinen Platz mehr und jetzt kannst du sie rausnehmen nein du nimmst sie raus oh Gott ist ja jetzt so schlimm ja was kein Refined Ore so'n Scheiß Refined Ore? du meinst Refined Eye Ore? ja 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 äh doch so warm äh jetzt sind wir am nix doch ja ich brauche ein Maschinenblock und dazu oh da hast du auch so ein Loch auf dem Rücken Loch siehst du? ja ich sehe es ja äh keine Ahnung ich weiß es nicht Leute ähm ja hab ich auch ich hab halt noch das Optifine Cape ah ok boah ich muss unbedingt noch ziemlich viel sache kraften Sven hier ich hab dir die Haft ich hab dir das grüne bin ich jetzt eigentlich noch ziemlich gut eigentlich und glaub mir oh danke ich nehm mal die Hälfte äh wenn du die Elite Batterie nimmst es reicht wenn du so 155 Kilojoule nimmst weil sonst wiegt äh die Rüstung am Schluss zu wenig äh zu viel du bist nicht mehr so schnell verstehst du? wie viel? 855 und beim Tau Powertool 750 reicht locker 855 Kilojoule bei allen äh Rüstungsteilen und bei äh beim ah nein bei der Hand hab ich das auch bei allem hab ich das weil das verbraucht ja eine gewisse Stromleistung äh du hast uns ein bisschen zu wenig gemacht nein 8 reicht nicht ne Elite Batterie braucht ein HV Capacitor eben eben für 5 Teile? ja ich hab 8 gemacht ach nur für mich? du hast 4 rausgenommen ich hab ja schon ne volle und Sven? Sven braucht nur noch 4 er hat das Powertool ja schon oder Sven? du hast doch schon ne Batterien Powertool ja hab ich doch gesagt ich glaube ich weiß das eigentlich gar nicht dann mach jetzt noch äh holt ihr noch deine Rüstung? das Teile? aber dann hab ich ja gar nicht genutzt na gut dann nehm ich mal dann hat ihr ein zu wenig ne? das ist ja ein zu wenig sehe ich das richtig? dann mach ich ihm halt noch ein äh ich nehm bei ich nehm bei der Hand ein Mega nein das ist das über ich betreibe es nicht genau ey jetzt ist der Material das ich brauche brauchst du gar nicht zu viel Sven? Refined Iron genau das brauche ich ey das brauche ich auch für was brauchst du es? ach man für was eigentlich? so ein scheiß für was brauchst du es? ja eben ich wollte mir ja auch so Sachen craften ich möchte eben anstatt die Plasma Kanone nehm ich etwas anderes ich nehm das für den Nahkampf das ist unnötig das ist unnötig ja du brauchst ein Servo eben genau nicht du brauchst ein Servo ich find's viel nötiger ja ich find's nicht unnötig ja schon ich find das für einen Fernkampf jetzt nicht so geil das braust du halt alles eigentlich schon wieder? das braust du halt alles für den äh für dieses Knife ist kein Knife aber egal er ist ein Servo Motor Servo Motor und? ja ich sag dir was ich brauche zum Beispiel einen Maschinenblock wird aus Refined Iron gemacht aber so genau 8 so einfach rundherum in der Mitte keine dann macht ihr einen ja wir haben noch gar nicht dann macht ihr einen warum noch Refined wir haben ja einen ups sonst weiß ich setze die ganze das Ding ähm aber ne wir haben da innen eben kein Refined Iron dann nimmst du Iron und äh tust in den Ofen und dann hast du die Feind Iron nimm dir einfach drei Stacks oder vier nimm dir fünf Stacks raus Kürz du weißt ja wie man Steakweiß nehmen kann mit dem Plus nicht raus und geht's einfach in den Ofen damit ja nur in den Ofen ne nicht in den Messerator verwisseln nein äh Rotary Meta ok das ist ein Messerator ok hier so genau ich muss halt warten mhm äh warum hab ich jetzt ne Pipe in der Hand du hast sie von hier unten genommen von wo jetzt kommt alles Refined Iron zu mir oh mein Gott ich hab sie ich hab den Magnet Mod noch an oh Gott ganz geil ja ich hab auch schon die Idee Jakob hä gut gemacht ja baue nur Golden Pipe wieder an ja ich hab keine dabei du kannst sie einfach bringen du kannst sie einfach bringen ich hab sie ins System geworfen und ich bin unten du kannst doch von unten auch auf System zu oh nein gar nicht oh nein gar nicht oh ganz geil das einzig schwere mit dieser Power als wie Dramo ist sehr die Leute in den Hut zu kommen wieso verbraucht mein Tool gar keine Energie verbraucht es nicht viel aber so hast du für alle Rüstungsteile jetzt eigentlich einen gemacht Sven Sven wo sind die restlichen HVK bis zum Tag Sven wo sind die restlichen HVK bis zum Tag ich die hab ich ja dann tu sie wieder in die Kiste für Sven es hat aber nur noch 3 ja ich hab noch eine gemacht äh und ich brauch noch mehr ne ja im Moment er soll auch mal seine Rüstung zuerst mal äh äh weißt du Power Armor machen äh öhm